hallo ja tag eins der großen sommertour 2022 ich stehe hier in lennestadt am gartencenter crema was ihr da hört ist eine fahrschule die versucht ein und aus zu parken gerade ja über den gartencenter kann ich sagen solltet ihr euch angucken ich habe ein paar videos gemacht lade ich gleich hoch sehr interessant sind also ist mehr so ein event kaufhaus fast schon geworden ja gleich geht es rauf nach winterberg in die ferienwelt winterberg erlebnisberg kappe noch ein paar noch ein paar onrides machen mit der neuen gopro und natürlich gibt es immer noch einen count der für mich aussteht den hallo blitz der war letztes mal down ich hoffe dass er diesmal fährt mal gucken danach wollten wir noch rüber nach willingen in den hessischen teil des sauerlandes oder in das sauerland was nach hessen rheinleicht in die hessische enklave ins sauerland da gibt es noch einen bob den wir fahren ein eine sommerrodelbahn fahren wir nur dann wenn wir da auch das umwelt machen dürfen da werden wir mal nachfragen vorher und danach gehen wir dann noch in den wild und freizeitpark da kann man auch mal durch durch spazieren da war ich schon mal und ein paar sachen fahren ja soviel zu tag 1 viel spaß nachher beim schauen der videos